Sebastian Kurz, als er an der Macht war, was haben sie gemacht? Foto von ihm, mit ihm gemeinsam in ihr Buch reingeben. Und das finde ich einfach obszön, Herr Grossen. Ich bin der Meinung, dass wir jetzt den Krisen gewinnen, und das sind die Konzerne. Ja, wo stehen Sie da? Herr Dr. Bornmänner. Habe ich ein Buch, wo ich dieses Foto reingehe? Wer ist das? Entschuldigen Sie. Wer ist das? Habe ich ein Buch geschrieben? Nein, Herr Dr. Bornmänner. Habe ich ein Buch geschrieben, wo der Foto mit Sebastian Kurz reingeht? Sie kritisieren mich. Herr Dr. Bornmänner, Sie kritisieren mich, dass in diesem Studio ein Foto angefertigt wurde mit dem Bundeskanzler. Und das haben sie bei ihnen zu Hause im Nachtscherben stehen. Herr Dr. Bornmänner, was ist denn mit ihnen los? Sie sind ja ein Parasit. Sie sind ja die Panze. Ich bin fast im Abseits. Der Stand von zehn Zentimeter. Der Parasit pickt fast auf der Schulter des Altkanzlers. Also, man sieht es dann doch recht genauer. Wenn du zu den Werbe baut... Wenn du zu den Werbe baut...